John Nash Gratuliere, John. Das ist die Vollendung eines Lebenswerkes. Von Produzent Brian Grazer und Regisseur Ron Howard Ich frage mich, Professor Nash, ob ich Sie zum Essen einladen kann. Sie essen doch, oder? Wie groß ist das Universum? Unendlich. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es nicht, ich glaube es. Mit der Liebe ist es wohl genauso. Die außergewöhnliche Gabe Was kann ich für das Verteidigungsministerium tun? Die ihn von anderen unterschieden. Sie sind der beste Codeknacker, den ich jemals gesehen habe. Sie haben Ihrem Land einen großen Dienst verriesen. Sollte es einen Verstand... Steigen Sie ein! Was ist los mit dir? ...biss an die Grenzen bringen. Jemand muss mir helfen! John, mach auf, rede mit mir. Sag mir, was passiert ist. Es hat nicht geklappt. Dazu habe ich mich nicht verpflichtet. Ich werde nicht gehen! Hör auf! Sie können nicht einfach ausspringen. Wieso kann ich das nicht? Ich muss daran glauben, dass etwas Außergewöhnliches möglich ist. Dreamworks Pictures, Universal Pictures und Imagine Entertainment präsentieren. Du musst mir helfen. Einen Mann auf dem Weg Unglaubliches zu entdecken. Willst du wissen, was real ist? Das ist real. Oscar-Preisträger Russell Crowe, Oscar-Anwärter Ed Harris und Jennifer Connelly. Vielleicht ist es gut, einen brillanten Verstand zu haben. Aber ein noch größeres Geschenk ist es, ein menschliches Herz zu finden. A Beautiful Mind. Genie und Wahnsinn.